Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel R.P. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir wissen euch zurück zu Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, hat es richtig gesagt. Ich bin sehr stolz auf dich. Wir haben im letzten Part 3 IK-Level geschafft. In einem Part. Und zwar 2K, 3K und 4K. Und jetzt machen wir 5K. Plattform-Patsche. Oh, sehr geil. Warum ist das nicht so schwer? Ja. Die einzige Schwere war bisher nur die erste. Ja. Die erste war, die allererste, ist die schwerste. Das kann irgendwie nicht stimmen. Wir wollen mal sehen, wie das jetzt ausgeht. Warte mal hier. Okay. Wir haben wieder 5, ja. In K-Level ist es so, dass es immer 5 Punktenteile sind. Das kann ich dir gar nicht tun. Ich habe für einen Moment gedacht, dass DK, dass DK fast das war irgendwie eine Plattform. Wir haben hier so ein bisschen was von Mario Bros. Kennst du diese Klacken, die ja die runterfallen, wenn du auf einer Seite stehst? Ja. Ich konnte nicht auf dem Sprengweite. Was zum Teufel. Ich bin wieder da. Ja. Irgendwie. Zu zweit geht auch nicht. Ja. Aber nicht bei dem. Ja. Also ich muss schon wieder hier entstehen. Hey. und dann komme ich auch fliegen trotzdem schnell ich sehe schon nervig vielleicht ist das erste doch nicht das schwerste ja das wollte ich nicht ich bin ich kann nicht liegen ich habe zwar balance mit den ich bei luft halten kann aber ich war meine krawatte so als helikopter benutzen da war doch von mir selbst springen müssen eigentlich man auch so teilt man kriegt die großen teilen wenn man alle bananen weil mir kriegt man auch nicht mehr die ganze leben wieder zurück das sicher stand genau deswegen war ich hier du wirst nicht wenn ich darüber gehe ich kann nicht fliegen auf dem kumpel nicht fliegen ja eigentlich nicht so schlecht wenn einer erwartete manne machen jetzt auch ich war jetzt hier würde jetzt irgendwann komme ich zu dir wie zum beispiel hier bin ich habe ich wusste gar nicht wohl ja allerdings geht nicht weiter aber kann doch nicht sein dass wir jetzt bei ein puzzleteil und ja verdammt nein warum tut er mich dahinter heute und ich ja ich 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 also mal kurz aber wo ich meine dinge einsammeln genau dann steht auch wenn er ausschreit nach dem total ja aber ich werde schon auch wenn wir schützen ort hier worden oder das ist ja auch gut vielleicht alle wir haben schon mal die teile na ja hoffentlich ich habe ich habe nicht keinen von dieses level noch mal also es war irgendwie komisch ja ich werde sterben da kann man nicht einfach sagen ich will da nicht bin ich hätte es schaffen können geschafft damit der level wird ja 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 irgendwie klappt hat mit dem ich glaube irgendwie haben die bananen auch nichts damit mit dem potenzial zu tun der die amerika gesammelt glaube ich direkt durch springen sagt irgendwie zu lange haben und ein entschuldigung ich habe schon gesehen hat es ja nicht vorbei kann sind wir die ganze zeit hier schon weiter kommen ja ich rutsche mal ab leider ist so ich weiß woran da liegt muss man so lange in der luft sein sind die dinger schon da weg ja ich bin da so an der wand jetzt gehalten so ein buch fahrs lagen lebe der kühle ich hatte nur hinterher gerufen das war jetzt das war dumm naja fast da sie hier stand jetzt nicht so auch mittel auflaufen auch wenn ich irgendwie gar nicht voll ran suchen würde einzeln spiel ja ich habe eine aufgabe und jetzt was so muss es auf die eule springen und dann wieder zurück naja war aber sehr soweit es nicht kommt und einfach nicht zurück und hier gut machst du das vielleicht machst du hast der moralische unterstützung gegen kommentar oder aggressiver affe die ganze zeit dagegen hermann sind hier bin und falls am an der stelle ich weiß es nicht ecke immer irgendwo angeheckt war eigentlich noch gehen wir sind jetzt wo wir leben bekommen ja ja oh fuck i'll be back mit passen ich komme wieder mit passen mit passen ja nein oder glaubt doch wie erst darauf wieder mächtige fasst auf den tollen affen drin nicht verdammt recht nicht immer dein herz kommt nicht anecken mich anecken mich anecken nein was angeheckt habe ich nicht was sollte das wir haben kommunikation das gefühl entweder den kaputtmann oder nicht ich glaube nicht ok das war das war sehr schön synchron ja back passieren nein nein wenn du direkt so springt dann schafft sie hat ja das ist das sie sagen einfach eingetellt so in mehrere paar sehen der erste ist mein dann kommt der zweite wo ich immer anführe das ist dein dein da müssen wir noch ein letztes mal schaffen schänzt gestoßen so ist das ist ein Puzzleteil da stehen ja mario mein von gott kommt nicht so lange gott sollte der ende wir haben nicht alle prüsen zeiten wir gar nicht denken und sehen sogar zwei nehmen das ding war ja ja wir haben fragment ja das ist auch wir haben 20 minuten dann schaffen wir nie im leben ist es eine dinge und sagen wir machen die nächste und der sechsten welt ich glaube und wir brauchen ein paar leben glaube ich glaube ich habe die eine mit nur zwölf leben schaffen und in zehn minuten der erste kaler geschaffen nicht das finden wir in der nächsten auch noch mal ein bisschen warten ja vielleicht jetzt waren wir verloren oh 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 naja ja glatt reiströmmer der rest wird vertragt ja wir müssen ja bestimmt schon immer mit 60 70 prozent oder so haben ja war mehr können wir gleich nach sehen wir angefangen haben wieder aber 40 50 prozent in dieser art gaben sein weil ich bin ja noch nicht da ich habe aber weder wohl nicht mit herrn wollte ich so schwer ich sage ich habe schon wieder geil man kann man können heute ist aufgebaut ich glaube ich habe doch nicht mal diese junge nein ich habe schon nichts ich traue mich mich zu bewegen ich will jetzt eher ein spiel gedacht ich habe es gerade gesehen also eine aufnahme okay wie gut ist das hier schon der checkpoint war da links ich glaube ja da kann man noch stehen gerutscht jetzt ich glaube ich habe das ging verpasst okay halten wir fest wir müssen das m und es bleibt ja mit machen ja gerade ja wo ist eine andere was unsere andere faszinierend hört gleich genau so dahin also ich habe gar nicht ich habe mich im moment gar nicht gewusst wie ich da hochkommt ja ich habe gleich gesehen ich glaube ich werde einfach zu sterben so zurück ich glaube ich weniger machen ja ja gut ich bin tot da ist ein totenkopf war für alle sachen weg bevor ich dann rausschwenken das ist ein kommentar rechts der im game and watch glaube ich trägt genau keine ahnung in alle endkosten eigentlich nur ein riesiger fan von donkey kong und deswegen die insel von ihm haben ja noch kurz knapp vorm game over haben wir noch überlegt ja und die nächsten levels in loren level und dann kommt erst in ganz jahr fangt glatiale fastzeit ja aber das sehen wir erst beim nächsten mal ja wir machen jetzt jetzt mal ein schnitt und werden unsere aufnahmen ja ich hoffe sehr hat euch gefallen falls ja ihr wisst wie ihr es uns zeigen könnt ja und deswegen hast du noch irgendwelche abschließenden worte nein gut dann sage ich auch mal tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal